ja Leute was geht es geht weiter mit Let's Play Gotham Night with me the Pirates hier machen beider Willst du etwa erwischt werden? Nein so will ich nicht so genau wir haben noch drei Stück vor uns und danach können wir die Hauptmissz am Anfang ich hoffe deswegen ist diese Folge damit anfangen können ich glaube nicht über diese Folge die Hauptmissz durchkriegen aber vielleicht kommen wir soweit dass wir sie anfangen können davon gehe ich aber auch aus aber wenn jetzt nichts überraschendes passiert und davon gehe ich jetzt mal bitte ganz stark aus ne das ist ja nichts passiert wo ich gleich ein Herzkopf bekomme da wird hier die Bohrer halt das schon wieder dann können wir dann so ein paar sie müssen nichts beweisen seien sie vorsichtig da drin 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 10 8 9 10 10 11 11 es bewegt die Garten zu Ja, ich bin nicht mal Achso Ah, das kann er auch Shit Wo ist er denn? Nenn wir durch Jetzt können wir nicht sein! Ey, ich krieg sie nicht Dann fällt jetzt wieder geschützt, danke Hopp, hopp Ja Nein, ich kann davon Okay, wir müssen eine neue Nacht machen Ey Leute Ja Hallo Tiffi Doch vielleicht mal Ey, sieh sich ein Einmal hängen getroffen Einmal Das ist doch toll Wirklich zu oft, ey Naja, hier sind wir noch Alles recht, sollte man nicht machen Das ist doch egal Wir müssen uns jetzt hier irgendwie vorarbeiten, ganz ehrlich Ey 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 Das ist nicht dein Ernst Ja Entschuldigung, was ist denn? Jetzt ersten mal im ganzen kampf vorhin noch was genommen sehr gut ja mich ich hab doch ich hab die alle nicht mal gesehen leute ja danke danke ganz mal die beste mal trifft ja genau trifft mal die am meisten die noch hat sehr gute die alte es ist ja so nervig mit der natürlich die sich die verstärken sehr gut ach so meine hier ist war hallo mir hat danke also aber die die kräfte die kräfte ja zwei dänke vielleicht kriegen wir ja auch die obwohl vollkriegen wir es wohl nicht weiß ich nicht das war's der ist das auch noch ne ey der ist ja schon mal ein guter start heute er kann mit der lippen ok wenn ich da noch mal zwei kräfte jetzt was war es die mafiore desilatio so Oh? Nein, dann natürlich das. Toll, danke. Über die Mauer das Ding schießen zu lassen ist eine dumme Idee. Du willst mir sagen, du kommst hier über eine Mauer? Ja, natürlich. Da kommst du, nee, aber den Zaun im Vorhau. Oh, Leute. Muss das sein. Yes, wir haben. Doch. Kick in Rad. Jetzt zieh ich einfach wie die hohe Kammer. Soviel John Wickie guckt oder was? Ah, da, 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 da. Vor allem den neuen John Wick film. Der war richtig geil. Also, ich habe ihn gemocht. Es war ein paar Dinger, wo ich sag, ich hätte hier da ein bisschen mehr mit Samusland tun können, aber... Ich bin gut oder fünf. Ja, war easy. Zwei Sekunden. So, ähm... Oh, was ist mehr dran das? Oh, komm, ruhig mal kurz die Belohnung. Äh, man, 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 du, 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 ja. Ja, das war auch immer wieder witzig. Es ist auch hier so geil. Goff und Goff und ein Instrument. Ja, es ist über so'n... Ja, kommt doch nicht kurz rüber. Ja, keiner nicht kurz rüber springen. Der mit seiner Riesenpanzerung. Wir müssen ja eigentlich gar nichts mehr ausmachen. Gucken, da kriegt man ja auch wieder ordentlich Erfahrungspunkte. Hey! Du hast mich erschreckt! Mh! 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 Du hast mich erschreckt! Mh! 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 Man hört, dass die Leute sich viel... Was soll ich mal AA nutzen oder ein Versprechen stoppen? Das willst du? Komm her, du. Mach ich kurz. Gib mir eine Sekunde. Und dabei mach ich gleich gleich die Anrufe. Die Anrufe fertig. Warte mal. Da ist ein Verbrechen. Warte mal. Ich angehoff. Ich angehoff. Das ist nicht richtig. Haben Maskierten hier. Oh, so knapp. Niemals. Dann sind auf die auf. Ja, 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 ja. Die will mit ihrem Heilspray hier wieder. Ähm. Also ich... Wie jetzt denn die sagen. Ich hab der Taste gedrückt, aber... Hör auf mit deinem Heilspray. Tablikum was verhängt,anzu Impact. Haiyakos. otch? Ja, ja. Nибудь da! War Medic. das kurz zu machen da ist ja nun kurz gemacht so ja also jetzt übrigens weiß warum ich mal so schieße leertaste ist das um den sprung abzubrechen jetzt ist das eine komische steuerung das hat man's auf geschafft aufwachen oh wo die denn ah natürlich ja ja ist gut schutzhelm ich schieße das ist nicht nervig ne aber wirklich von jedem ein ich glück habe und die jeder sich alles alle das kommt ja kommt immer nächste an ja der block der ist so nervig das mal ist ja dann die eine wachter rolle und dann geht es dir geschlagen also es ist ja ja das ist so ja du kannst das ich hasse die gegner hallo das spiel das ruckelt das sind jetzt weil wir uns überdruckt das spiel gerade wieder schon mal gehabt leitet jetzt weg also jetzt wäre auch jetzt dann eben das spiel neu starten äh jetzt ist das nicht dein ernst oder wenn man die aufführung ändert und ja und 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 das macht man jetzt ich versuche gerade ich hoffe gerade ich versuche einen kampf jetzt geht es wieder auf gott ja gut es geht ja ja ich muss aber starten egal wenn das jetzt so kurz gehen würde sorry leute wir machen immer ganz kurz zu ende dann haben wir den jahr zwar fertig wir denken obwohl es war die gegner war um sie verarscht oder du willst mich jetzt verarschen programmiert übrigens es gibt es mal bin ich nicht so nett ja bald abgeschlossen ja sorry leute oh alter hä ok und wollen wir jetzt mal weiter probieren aber wo wir jetzt mal weiter aber gucken jetzt geht ja so wenn es jetzt nicht mehr ja gut okay wir probieren zu probieren wir probieren probieren über studieren wir machen es mal gut scheiße das war natürlich ein bisschen sorry Leute aber ja gut aber auch sowas kann man zeigen wie toll das spielprogrammiert ist obwohl ich mal raytracing alles bei einer raytracing karte ist es schon witzig ich glaube das ist es sehr gut ja ich glaube wir haben wir haben es gleich oder drei stück ja auf jeden fall wirst du im geld abhauen nicht mit mir was du denn da ich helfe beim einnotieren das ist theoretisch reichen ist bisher reich mit drei vier zwei drei vierzeiten 21 20 was wichtig nicht wenn man sich anfängt da ist es geil wenn man sich dann anfängt um punkte zu streiten ne geil ja ok mein lag ne okay dann machen wir jetzt okay jetzt geht es ja auch schon mal nur als sonst hätte ich auch gesagt und starte kurz spieldeu ist doch was bei ja okay nehmtest du mich bemerkst nicht schon wieder okay äh so wir haben es wir müssen diese mission nicht mehr machen ah gut jetzt wollte ich gerade sagen lass uns jetzt ja wir könnten natürlich auch sagen 23 wir haben es geschafft gut ähm dann würde ich sagen machen wir noch ein bisschen machen wir jetzt die Hauptstory mal weiter machen wir mal eine Hauptstory heute nochmal zum abschluss genau wo ich noch mal eine schnelle reise geht es mit dem schöner ich sehe ganz ehrlich ist egal jetzt haben wir es jetzt haben wir auch keine dinge mehr jetzt haben wir es aber gut haben wir heute noch mal damit gekloppt aber das letzte mal woher werde ich ganz froh darüber sind warum bin ich bin da immer mit clayface auch nicht gleich ähm einem clayface mit äh red hoodie jetzt die clayface ich jetzt mal dann mache weiter ihr habt ihr schon Bock drauf genau aber in der nächsten Folge über nächste nachdem aber wir haben es sehr gut auch wenn ich vor bin ich vor bin ich vor dann ja gut wir haben aber schon und dutzende Folgen davon ne also werden wir schon haben wir sagen also schnell geht es nicht also werden wir schon gut folgen mal gucken was hier jetzt abgeht und dann ja machen wir heute mal ein bisschen weil jetzt ist ja auch doof weil wir haben jetzt auch ein bisschen Zeit verschwendet dass ich da jetzt im Hauptmenü da eben rum geguckt habe und versucht habe das Spiel zu fixen es soll euch ja eigentlich sowas soll euch ja nicht zu last sein oder sagen wir durch weniger Zeit das wir bestraft werden jetzt bei einer der wer war das tot tot Pinguin war auch wo und er tut mir nur noch mal oder wenn man den Dauer holt und zu können ja auch Leute was wird nicht alles dann zu gucken Prozent wo sie kreuzigte wird ich weiß das hilft dir auch nicht weiter aber der stärkere gewinnt und naja das bin eben immer ich wow seine Maske hält das nicht ab gar nicht also ja Oh, Mann. Oh, jetzt stehst du auf meiner Abschussliste, Oswald. Was zur Hölle ist das hier? Was riecht dir so? Glockenturm, hörst du mich? Glockenturm. Toll. Keinen Fall. Bestimmt so ein Gift von den Rat der Eulen. Herrgott, nochmal. Was? Oh, ich hab ja von Energie. Danke. Danke, da. Nett von euch. Scheiß drauf. War das jetzt mein Fehler, oder? Netter Trick. Macht ihr das mit allen Gästen? Warte mal, warte mal. Ich muss mal was testen. Okay. Machen wir. Was heute mal? Machen wir mal. Versuchen wir. Jetzt. Ah. Sehr schön. Bissi knapp, aber. Hat geklappt. Bissi in knappe Wart. Leppenkopf. Lötz überwiegend genommen. Pistolen. Wirklich, der Trick nochmal. Ja. Was zur Hölle ist gerade passiert? Oh, ihr habt Talent. Krieg ich ne Kopie für mein Zimmer? Ah, das geht auch. Also, man kann auch so durch. Ach so. Ach so. Okay, muss ich alles nochmal machen. Ah, aha. Ah, also, man kann auch so durch. Ah, das ist ein Lager im Spielchen. Nicht gesehen. Wie sie. Ach, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf. dabei davon getroffen werden oder gar nicht und darf davon nicht einmal nein nein das ist genau meine mission leute ich war schon mal tot euer kleines kunstprojekt schüchtert mich nicht ein also wohl nicht alles normal machen ich konnte ja ich wollte eigentlich mehr ahm ist ich wollte eigentlich nie wollen ja mein gott ach na wunderbar ja ich wollte überweisen dass ihr mich zurückkommen könnt schon gut hab's kapiert das war eben auch so nicht geplant das war eine ganze gute Idee sehr schön es ist ja alle guten Dinge in der Reihe deswegen haben es geschafft ist das hier Thor oder was Alfred Alfred nein das kann nicht sein ok leute ich würde aber sagen wie es hier bei diesem Drogentrip weitergeht das erfahren wir in der nächsten Folge ich danke kurz fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder haut rein bis dann euer Pirates dann machen wir nächstes mal hier weiter dann haben wir ein bisschen ja ich wollte noch ein bisschen Hauptmission machen ne haben wir noch ein bisschen reingeguckt und beim nächsten mal machen wir sie dann kompletto bis dann Leute haut rein tschüssi bis dann ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann